Hä? Ich glaube, wir können einfach kein Holz hacken. Oder müssen wir woanders Holz hacken? Oh, wir haben Schweine! Oder müssen wir hier so irgendwie... Spiel, kannst du mir bitte erklären? Ach, Kühe haben wir auch. Hier habe ich erst nicht gewinnen. Wie hacken wir Holz? Schein... Ah... Komisch, dass man aus der Karte nicht rauszoomen kann. Nur maximal so. Okay, dann gehen wir jetzt dahin. Ich bin da da auch ein bisschen dumm. Die können wir jetzt hacken, oder wie? Ach, dann leuchten die grün! Ah! Okay, wir müssen unsere Werkzeuge reparieren. Ansonsten können die kaputt gehen. Wow, der hält aber viel aus. 30 Holz brauchen wir aber. Ich hoffe, die Bäume wachsen nach. So, wir haben... Es fehlt immer noch ein bisschen Holz. Ich höre hier Hunde die ganze Zeit hecheln. Äh, ja. Jetzt haben wir genug. Gehen wir das ab. Holz? Steine? Ah... So, ich soll die Schmelze bauen. Dann brauche ich die Steine doch. Dann brauche ich die Steine doch. Wahrscheinlich auch das Holz. Ähm... Schmelze sollen wir bauen? Äh... Ich bin hier gerade ein bisschen im Kreis. Ich suche aber den gelben Marker. Ach, hier drinnen? Das hat aber keinen Sinn. Ach, hier. Ich bin... Einmal eine Runde umsonst. Hä, wir haben doch... Wir haben doch 30. Wir haben 30 Holz und 60 Steine. Warum ist das rot? Ach, weil es... Ja, es muss doch in die Box. Ach, Platz! Ich habe es ja aus der Box genommen. Sorry. Oh. Oh. Warum geht das nicht? Es wird uns wieder essen, richtig? Es wird uns wieder essen, richtig? Mal gucken, wie sie bauen. Mal gucken. 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 Wir haben noch sechs Essen. Oh, wir müssen gleich wieder jagen gehen. Der Schornstein? Ist das aber ein langer Schornstein? Ist das ein langer Schornstein? Ein wirklich langer Schornstein? Ah. Fertig. Das ist ein erster Tag. Wir sollen uns mal vorstellen, wie viele und tolle Werkzeuge wir jetzt mit der Schmelze machen könnten. Schmelze-Schmiede, glaube ich, oder? Ah, nee. Uns fehlt noch eine Schmiede. Ja, wir brauchen Erze. Okay, wir gehen erst noch mal ein bisschen Holz holen. Vielleicht mal gucken, was das kostet, wenn wir die Axt reparieren. Wir brauchen 50 Holz. Also noch 12. Ach, dann mal einstecken. Wie repariere ich das? Da gab es noch ein Tutorial. Äh, Tool Repairs. Repair Kits. Das müssen wir kaufen. Wow. Da haben wir gar kein Geld, oder? Also, wir haben genug Holz. Jetzt brauchen wir noch Stein. Das war irgendwo in die Richtung, glaube ich. Necessity. 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 So, das ist der Marker wahrscheinlich. Oh, das sind hier Gegner. Da ist ne Burg. Watchtower. Ne. 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 Weisser. Keine. Ne. Ne, ne. Wir brauchen jetzt auf der 1. Hä? Das ist doch die gute. Geht, Axe. Achso, ich darf nicht hocken dabei. Entschuldigung. Äh, wie viele Steine? Noch 9. Ah, das geht ja. Wir können ja ein bisschen mehr mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Okay. Okay. Mensch. So. Wir haben 30 Steine. Wo kriege ich jetzt Iron? Das kriegen wir doch nebenbei, oder? Eigentlich müssten wir das... Ja. Wir haben 17. Die Frage ist, wie viel... Aus wie viel Erz wird ein Barren? Wir nehmen mal noch ein bisschen was mit. Ich hoffe auch, dass die Steine hier nachwachsen. Das ist 19. Ich würde gerne wenigstens 20 haben. Das ist alle. Guck mal, das M. Okay, wir haben 22. Ähm. Ja, jetzt müssen wir noch jagen. Jagen. Äh. Äh. Jagen. Ist jetzt hier nicht so die beste Stelle, ne? Wir müssten vielleicht wieder dorthin. Wir gehen zurück ins Dorf und dann am Fluss runter. Und ich geh mal beim Händler gucken, was so ein Repair-Kit kostet. Nehm. Bisschen Holz nehme ich mir mit. Auch ein Sulf... Sulfir ist das auf deutsch, oder? Sulfur. Sulfur. Ich muss nochmal kurz nach Hause. Wo war unserer zu Hause? ja empty bottle können wir noch mal füllen da haben wir vier wasser dabei das ist gut glaube ich probleme ist wenn wir uns schlafen legen regeneriert das zwar die gesundheit aber wir haben danach hunger und durst mal die kaputten oder die schlechten werkzeuge lasse ich auch einfach mal hier dass die werkzeugkiste die schmelze ich jetzt rein damit brauchen zwei erze und zwei holz für ein warren hätten auch erst schon mal gucken wieviel brauchen wir ziehen da fehlt uns wieder stein oder es gibt auch silberbaren ja es fehlt essen holz also was brauchen wir denn jetzt alles noch wir brauchen wieder holz und essen und wieviel pfeile habe ich 23 ich weiß nicht ob das reicht noch ein bisschen holz achso nicht mehr zum händler aber was müssen wir denn gut wissen es vorher wir haben 47 wir haben 27 näääääähhääää Näääääbhääää äääääääääää Wo ist der nachgewachsen? Aber was müssen wir denn? Holz und Stein. Ach, das kriegen wir ja wohl zusammen. Können wir uns gleich schon mal eine neue Axt machen. Stein fehlt. Hier steht ein Stein. Hier liegt ein Stein. Machen wir uns eine neue Axt. Ähm... Da noch ein Baum. So... Können wir uns vielleicht noch einmal Pfeile machen? Hm... Ja, jetzt fehlt nur noch Essen. Hm... Oh... 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 Da ist die Axt kaputt. Wirklich nicht auf... Müssen wir das... äh... killen. Äh... Wir haben ja übrigens wieder fünf Punkte. Weniger Durst klingt gut.